Ich glaube, ich habe Gelb-Rot gekriegt. Ich glaube, sonst ist niemand runtergeflogen. Nur ich habe Gelb-Rot gekriegt. Gelb-Rot. Und wofür? Für Reklamieren bei Ballwegschießen des Gegners. Zwei Dinge konnten das Niveau nicht halten. Der Rasen heute war Platzverhältnisse, haben dem Niveau nicht den nötigen Rahmen gegeben des Spiels. Und leider der Schiedsrichter war Note 6.